Es gibt viele verschiedene Formen der Meditation, die aus verschiedenen Traditionen und Praktiken stammen, hier sind einige der häufigsten Meditationsformen. Die Tafeln von Chartre. Hier werden zwei Tafeln durch das Schielen so angeguckt, dass man drei sieht, dies soll die linke und rechte Gehirnhälfte besser verbinden. Achtsamkeitsmeditation. Hierbei wird die Aufmerksamkeit bewusst auf den gegenwärtigen Moment gerichtet, ohne zu bewerten oder zu beurteilen, was gerade geschieht. Transzendentale Meditation. Diese Meditationstechnik basiert auf einem speziellen Mantra, das während der Meditation wiederholt wird, um den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu vertiefen. Loving Kindness Meditation. Hierbei wird der Fokus auf die Entwicklung von Mitgefühl und Freundlichkeit für sich selbst und andere gerichtet. Vipassana Meditation. Diese Meditationstechnik basiert auf der Untersuchung von Erfahrungen im gegenwärtigen Moment und kann dazu führen, dass der Praktizierende Einsichten in die Natur des Geistes und der Realität erlangt. Zen Meditation. Diese Form der Meditation wird oft im Sitzen praktiziert und beinhaltet die Konzentration auf die Atmung und das Beobachten von Gedanken, ohne sich in sie zu vertiefen. Yoga Meditation. Diese Meditationstechnik wird oft mit Körperhaltungen, Asanas, kombiniert und beinhaltet die Konzentration auf den Atem und die Fokussierung des Geistes auf eine bestimmte Position. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.